Dann steht der Jumbo auf der Startbahn, bereit zum Abflug. Wie für die Luftfracht typisch geht es durch die Nacht. Es ist 20 Uhr Ortszeit. In Johannesburg ist es längst dunkel geworden. Morgen gegen 10 Uhr soll die Maschine in Frankfurt-Hahn eintreffen. Das Steuer der Maschine hat auf diesem Flug Ben Hesse-Link, Checkkapitän und Chef der drei Piloten im Cockpit. Links sitzt Johann Milo, der Kapitänsanwärter. Nun arbeitet er seinem Nebensitzer zu. Die Piloten wechseln sich mit dem Fliegen bei jeder Teilstrecke üblicherweise ab. Es geht nicht direkt nach Deutschland, sondern zunächst nach Kenia, nach Nairobi. 3.800 Kilometer Strecke, vier Stunden Flug. Das kürzeste Stück des Afrika-Umlaufs. Für Johann ist es der zweite Flug überhaupt auf dem Kapitänssitz links. Er wird gefordert. Ich denke immer bereits an den nächsten Schritt und was ich gerade tun muss. Solche Sachen. Ich habe noch nicht die Routine von links zu fliegen. Ich bin an den rechten Sitz gewöhnt. Da habe ich Routine. Da muss ich gar nicht groß denken. Jetzt ist das neu. Da muss ich aufmerksamer sein. Die Perspektive von links ist anders. In der Luft und am Boden. Das Fliegen selbst ist gleich, aber als Kapitän muss man den Flug managen. Solange es keine Probleme gibt, ist alles okay. Aber sobald es welche gibt, kommen alle und wollen antworten. Hier im Südosten Afrikas ist im Luftraum um diese Uhrzeit sogar relativ viel los. Doch während die meisten Flugzeuge auf der Langstrecke weiterfliegen, wird die Reise des deutschen Frachtjumbos unterbrochen. Kurz vor Mitternacht der Anflug auf Nairobi. Die zahlreichen Lichter der Stadt lassen den Schluss zu, dass sie eine pulsierende Metropole ist. Doch an dem eigentlich verkehrsreichen Flughafen ist um Mitternacht kaum noch etwas los. Problemloser Touchdown. Der Checkkapitän hat tausende Landungen mit der 747 auf dem Buckel, freut sich aber immer noch über jede weitere, die er machen kann. Dann das Rollen zu etwas abgelegenem Parkposition für die Frachter. Lademeister Marcel van Genen tritt in Aktion. Er wurde über die Fracht vorab informiert und ist nun dafür zuständig, dass alles korrekt eingeladen wird. Also ich schätze mal als Gesamtstunde, anderthalb, müssen wir hier fertig sein. Das Flugzeug wird bereits erwartet. Die Helfer sind bereit. Zuerst werden leere Paletten ausgeladen. Lademeister Marcel war schon den ganzen Tag im Einsatz. Von Haan sind wir dann direkt nach Johannesburg. Das war ein 10-Stunden-Flug. Johannesburg war aber ungefähr 3-3,5 Stunden. Dann sind wir hier nach Nairobi. Von Nairobi fliegen wir zurück nach Haan. Das werden noch ungefähr 6 Stunden sein. Und dann laden wir ein paar Paletten ab in Haan. Das sind vier Paletten. Der Rest von der Fracht bleibt auf dem Flieger drauf. Und dann fliege ich mit meinem Kollegen weiter nach Manston in England. Da wird der Rest abgeladen. Wir kommen dann leer zurück nach Haan. Und dann ist für uns der Tag gelaufen. Ich bin auch wieder froh, Ende vom Tag, wenn man wieder zu Hause ist. Weil wir sind ja ziemlich müde. Okay, ich mach weiter. Die Piloten wollen auf jeden Fall pünktlich abfliegen. Denn sie haben im Gegensatz zu den Lademeistern gesetzlich vorgeschriebene maximale Dienstzeiten. Würden diese überschritten, dürften sie den Flug nicht antreten. Daniel Hicke weiß aus Erfahrung, woran es haken kann. Jetzt haben wir im Endeffekt nur noch besprochen, wie viel Sprit wir tanken. Und ich hab nochmal überprüft, ob das richtig eingestellt ist, was es ist. Wir brauchen jetzt 91 Tonnen als Sprit bis nach Haan. Aber wie gesagt, manchmal müssen wir aushelfen, wenn sich die Leute mit 747 nicht ganz auskennen. Sprit und Fracht. Die Abfertigung geht zügig voran. Auf dem Flugplatz herrscht weitgehend Nachtruhe. Doch der weiße Jumbo ist ein nachtaktives Tier. Die Menschen, die an ihm arbeiten, beginnen mit ihrem Tagesrhythmus zu kämpfen. Im Bauch des Jumbos werden nun Blumen und Gemüse verstaut. Verderbliche Ware, die bereits morgen an die Geschäfte in Europa verteilt werden kann. Die Ladung ist schwer. Es werden 82 Tonnen sein. Die Belader arbeiten auch hier sehr professionell. Einer von ihnen ist Jason M. Bogomu-Turi. Der 32-Jährige verdient 200 Euro im Monat, sagt er. Das ist auch hier in Kenia nicht viel. Er hat eine Familie mit drei Kindern. Doch was soll er machen? Ich arbeite nun seit drei Jahren am Flughafen. Ich mache das gerne, weil ich einen Arbeitsplatz habe und meine Rechnungen bezahlen kann. Wenn ich aber eine andere Gelegenheit bekäme, würde ich sie nutzen, zum Beispiel als Lademeister arbeiten. Ist das realistisch? Für mich ist es realistisch. Für mich schon. Ich habe eine Familie und wäre ich Pilot, müsste ich viel reisen und wäre immer weit von der Familie weg. Aber als Lademeister kann ich auch im Büro arbeiten und müsste nicht so viel reisen. Jason erzählt, dass seine Frau einen Friseursalon betreibt, damit das Geld reicht. Leider sieht er sie in der Nacht nur selten. Die Beladung geht zügig voran. Doch in der Luftfracht ändern sich Pläne oft noch kurzfristig. Das droht auch heute. Lademeister Marcel hat die Information bekommen, dass noch weitere Fracht kurzfristig angeliefert wird. Die Begeisterung bei Kapitän Ben Hesse-Link hält sich in Grenzen. Womöglich ist der Ladeplan so nicht zu halten. Alles kann sich um Stunden verzögern. Ich würde sagen, dass sie vielleicht noch ein Toilette extra bekommen. Und wenn wir ein Toilette extra haben, dann haben wir mehr Gewicht. So muss ich erst mehr Strich und alles da einen neuen Flughafen haben. So, das muss ich jetzt mal hier machen lassen. Genau, jetzt. Es ist 1.30 Uhr. Ben und die Crew wollen mitten in der Nacht keinesfalls hier hängenbleiben, sondern so schnell wie möglich weiter. Und das, nachdem bisher alles so glatt lief. Nun müssen sie warten. Dann die erlösende Nachricht. Wir kriegen keine Extra-Palette, keine zusätzliche Fracht. Wir machen zu. Noch 10, 20 Minuten. Nun geht es schnell. Und auch Jason kann hoffen, pünktlich zu Hause zu sein. Die Papiere müssen noch fertig gemacht werden. 90 Tonnen Sprit, 80 Tonnen Ladung. Für einen Fracht-Jumbo Werte im mittleren Bereich. 6.300 Kilometer sind es nun nach Frankfurt-Hahn. Kurz nach dem Start wird der Äquator überquert. Dann geht es über den Sudan Richtung Libyen. Insgesamt noch zähe 8 Stunden Flug. Morgens um 6 geht die Sonne auf, endlich wieder Tageslicht. Es war eine kurze Nacht, auch in der Kabine, wo sich die beiden Lademeister aufhalten. Es gibt so viel Platz wie in keiner First Class, doch für die Bordunterhaltung ist jeder selbst verantwortlich. Kapitän Ben Hesselink und Co-Pilot Daniel Hickel halten im Cockpit die Stellung. Der Kampf gegen die Müdigkeit ist ein Thema. In der Nacht konnte jeder vielleicht 2 Stunden schlafen. Das dürfen sie sogar auf den Piloten setzen. Was auch erlaubt ist, das heißt, dieses kurze Ausrasten, das ist abgestimmt in der Crew. Das ist Bauernapping so genannt. Das ist das erste Mal, dass wir zwei uns absprechen. Das ist natürlich dann zeitlich limitiert. Es wird eine Zeit ausgemacht, wie lange man das macht. Der andere Kollege muss fit sein. Dann sagt man auch, geht es dir gut? Dann sagt man, ja. Bei uns ist es eigentlich auch so, dass der Lotmeister, also unser Lademeister, wenn ein Abortes informiert wird, dass er nach einer gewissen Zeit, die davor abgesprochen ist, auch nach vorne schaut. Dass einfach sichergestellt ist, dass noch eine dritte Person das Ganze sozusagen erwacht, dass wir hier nicht beide einschlafen, das ist übertrieben gesagt. Was würde denn jetzt passieren, angenommen, ihr würdet jetzt überhaupt nichts mehr machen? Dann würde der Flieger einfach weiterfliegen nach Hahn. Wir haben ihn programmiert, der fliegt direkt weiter nach Hahn, aber der würde nicht runtergehen. Der würde auf seiner Höhe bleiben, aber der würde ganz weiter fliegen. Aber wenn wir in einer gewissen Zeit nicht mit einem reden, und speziell hier in Libyen, wo wir jetzt überfliegen, ist das anders. Hier sind solche große Strecken, wo wenig passiert. Aber nachher kommen wir in Malta und dann Italien. Wenn man da nicht redet, da wird man so ganz nervös. Wenn man dann eine halbe Stunde nicht geredet ist, dann schicken die bestimmt mal Düsenjäger, um zu gucken, ob da etwas falsch ist oder so. Das möchten wir lieber nicht haben. Ganz ohne Düsenjäger-Eskorte fliegt die Golf Bravo in den italienischen Luftraum ein. Die Ankunft in Deutschland wird nun sogar überpünktlich erwartet. Zur Landung haben die Piloten wieder die Plätze gewechselt. Johann links, Ben rechts. Nun werden sie auf dem kleinsten Flughafen des Umlaufs landen, der Heimatbasis Frankfurt haben. Johann konnte in den vergangenen Tagen viel wertvolle Erfahrung sammeln. Den großen Vogel zu fliegen, macht ihm außerdem richtig Spaß. Ben ist sehr zufrieden mit dem Nachwuchs auf dem linken Sitz. Die deutsche Frachtfluggesellschaft wächst in dieser Zeit. Der Bedarf an Kapitänen nimmt entsprechend zu. Neue Flugzeuge sind bestellt und vieles spricht dafür, dass hier bald noch mehr Frachter zu sehen sein werden. Sofort beginnt das Ausladen. Die meisten Paletten werden jedoch wie geplant gleich nach England weiterfliegen. Die Lademeister müssen im Gegensatz zu den Piloten noch durchhalten. Ich werde zu Hause sein, ich schätze mal in vier, fünf Stunden von jetzt. Also noch ein paar Stunden habe ich noch zu gehen. Für die Piloten ist der Umlauf vorbei. Alles lief problemlos. Für Johann war es der erste Einsatz auf dem linken Sitz. Bis zum Kapitän ist noch eine Wegstrecke zu gehen. Das wird noch drei bis vier Monate dauern. Bis Anfang nächsten Jahres, schätze ich. Ich freue mich darauf. Daniel, erst 28, wird womöglich bald auch Kapitän auf einer 747 sein. Das hat natürlich Spaß gemacht. Sie sind beides sehr sympathische Kollegen. Fliegerisch sind die auch tiptop. Mit viel Erfahrung, kann man immer was lernen. Und ja, also Südafrika ist sowieso immer eine schöne Destination. Da freut man sich drauf. Also auf solche, da geht man gerne arbeiten bei solchen Umläufen. Dann wieder Take-Off für die Golf Bravo. Diesmal nur ein kurzer Sprung nach England. Eigentlich viel zu nah für das große Flugzeug. Doch schon heute Abend geht es wieder um die halbe Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von Stuttgart.